Hey Peter, wusstest du, dass du in Power BI ganz einfach eine laufende Summe erstellen kannst, um zum Beispiel den Lagerbestand im Zeitverlauf anzeigen zu können? Komm, ich zeige es dir! Werfen wir zuerst einen Blick auf die Daten. Wir sehen hier die Bewegungsdaten des Lagers. Mit einem Buchungsdatum, einer Artikelnummer, ein Lagerort und der Zu- und Abgangsmenge, die jeweils zu dem Buchungsdatum zu- oder abgebucht wurde. Zusätzlich haben wir eine Datumstabelle, über die wir das Datum filtern. Werfen wir einen kurzen Blick auf das Datenmodell. Wir sehen, das Buchungsdatum der Lagerbewegung wird über die Datumstabelle gefiltert. In der Berichtsansicht habe ich eine Auswertung vorbereitet, die uns die Zu- und Abgänge nach Monaten anzeigt. Um auf Basis der Bewegungsdaten eine laufende Summe zu erstellen, öffnen wir das Kontextmenü auf der Zu- und Abgangsmenge und wählen den Menüpunkt Neues Quickmeasure und wählen als Berechnung die laufende Summe aus. Als Datenfeld wählen wir die Datumsspalte aus der Datumstabelle aus und bestätigen die Auswahl mit OK. Power BI erstellt die Berechnung für eine laufende Summe, die wir in der Grafik als Zeilenwert hinzufügen. Wir sehen, dass die laufende Summe Zugänge addiert und Abgänge subtrahiert. Wenn wir jedoch den Datumswert anpassen, verändert sich unser Angangsbestand. Um dieses zu ändern, wählen wir die Berechnung der laufenden Summe und passen die DAX-Formel entsprechend an. Denn hier sollen nicht nur die selektierten Datumswerte berücksichtigt werden, sondern alle Datumswerte der Datumstabelle. Nun wird auch für den ausgewählten Zeitraum der gesamte Lagebestand angezeigt. Ziemlich cool, oder? Hat dir dieses Video gefallen? Dann klick auch auf eines der anderen Videos. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. 1 H3 H3 3 H3